ARD Text im Auftrag von Funk Hallo liebe Freunde! Vor Zerstörung und von Fetzen! Ja wir sind es! Egal ist es aber in Münzen! Also es soll es auch bei Gamers! Und für Nudelplay Nudel7 von den Nudelblays! Genau! Richtig! So? Ja Fappl! Einfach Fappl! Und das Format heisst It's a Horne vs Nudel! Piu 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 Piu! Ja und heute ist ähm... Erster Tag und wir sollten sagen wir starten mit Black Sobs! Ey Black Sobs! Genau! Black Nobs 2! Ähm... Und wir haben ja vorher eine Waffenspielung gemacht Und da habe ich sogar erst gewonnen! Aber ich bin sehr sehr unoptimistisch Und spekuliert darauf dass ich diese Runde wieder fliehren Ja das finde ich schön Ähm... Das sehe ich genauso wie du natürlich Achso wir starten! Jaaa... Das ist ja statt Jaaa... Aber das ist ein neues Format das es bei mir gibt Also bei mir... Ich weiss nicht ob es wie es ist Bei uns ja... Ich tue es auch immer am Donnerstag Sonst wäre es ja blöd Was... Püppermänderisch... Schreie... Null Null Null... Theoretisch... Jetzt bin ich im Regie... Ja nein... Das ist eine Schulzeit... Das sehe ich... Ja das besprechen wir noch... Mal mal Donnerstag im 3... Das geht sicher... Ja aber ich bin YouTuber und ich habe nur aufgeladen Ich warte dann... Du sie freischauen... Bist du bei einem Netzwerk eigentlich oder einfach... Ja... Google International... Uua... Aber du... Ich spiele auf Meltdown... Genau... Ja... Und jetzt... Und jetzt... Ich bin natürlich... Mit der... Rafika... Ja und wie wir das Filme noch... Ich bin ich fertig mitgelassen... Ja schon lang... Ja wir... Wir lassen immer noch... Deutze... Schließlich... Schluss mit der Geheimhaltung... Was? Rafika heißt es... Ja ist die... Ja... Sie wird auch anders genannt... Boah... Das kann gar nicht wahr sein... Und als erstes... Das kann gar nicht wahr sein... Nudel ist eine Nudel so mega... Weißt du was? Kann gar nicht wahr sein... Nudel ist eine Nudel so mega dick... Nudel... Ähm... Ja... Genau... Oh hey... Was ist das? Hey Matlantung... Hey Matlantung... Hey Matlant... Geht doch gar nicht... Jetzt läufts gerade... Jetzt läufts gerade... Jetzt läufts gerade... Juhu... Juhu... So... KSG... Jetzt kommt KSG... Fuck... Ja... Ja... WALJAHWOL... Was ist das jetzt gewesen... WALJAHWOL... Das ist jetzt... Ein zu erwartender... Spitzogsie... LOL... Das habe ich mega verschillt... Ja das Problem ist... Eigentlich mit... Wenn... Akimbo ist... Muss ich auf Distanz bleiben... Aber das ist nicht so das gescheites... Da mit der KSG... Auf... Distanz bleiben... Ja... Ja... Mh... Das... Das ist ein Shotgun... Eigentlich... Auf eine Art... Von dort... Also... Warte schnell... Bewegen mich... Mal... Nie schiss mal von dort... Ja... Kommt nicht an... Ja... Traurig... Ja... Geil traurig... Ja... Ich treffe dich nicht... Gäi... 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 Kennst du das? Ja... Boah... Hei... Jetzt kann ich... Ich treffe... Ich habe wirklich nicht... KSG ist einfach so... Die Schwulste vom Homosexuellen... Jaaa... Wow... Wow... Jetzt sagen wir mir... LOL... Auf die Entwernung... Ja... Ja... Ich habe so eine... Kugel... Kugel... Verhandlungsscheat Geht's das? Ich weiß nicht Wo bist du? Wo bist du? LOL 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 Nein! Ok warte, du nicht Danke schön Das habe ich auch immer wegen Battlefield Battlefield habe ich OH! Oh 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 Wuuu I got the battle So jetzt hast du schon unsere Lieblingswaffe Oh ja, so richtig heftig Ah, kaputt Kaputt würde ich sagen Ja mit der Sturrie Eves Ja meine Lieblingswaffe Waffe Ist das gewesen MSMZ ja Die ist geil Das kann doch nicht wahr sein Ui Nein 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 nein, nein 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 assez Ich habe doch ein 같 Das soll doch nicht wahr sein Das kann doch nicht wahr sein Soviel scheinen ich so Es ist aber wahr Oh ja vorher fand aus so früh suspicion Und Du hast trotzdem gewonnen Ja Es war Lannens Lock Nein, das war Snipe Sniper Wäre nicht U 일단 Jetzt bist du auch'M auch recht fräuelig Blutig Frauen bluten doch immer Ich habe mich abgeschaut Ja, aber ist das nicht... Keine Ahnung Männer sind echt dumm, wir vertrauen einem Wesen, das irgendwie 3 Tage blutet und dann immer noch lebt Sehr schön ausdrückt, muss ich sagen Ja, der hat am Head glitschen Da haben wir es Ja, sie gibt Rrrr Was hast du gesagt, was ist das? Hä? Was ist das dort? Das, was du hast, oder was? Ja, was hast du gesagt, was ist das dort? Was laberst du für eine Bullshit zusammen? Was hast du gesagt, Head glitschen Ja! Was ist das? Wenn du nur mit dem Ring vorne schaust, dann ist es ja viel schwieriger, dich zu treffen Checkst Ja, oder Ja, oder Jetzt ist es da 3 Schuss, oder? Was? 3 Schuss Du! Leck mir am Arsch! Ja, komm Hey, was hast du gesagt, soll ich den Arsch legen? Ja, komm her Ey, wie bist du mir so auf Nahkampf? Was? Ich sage, du sollst mir am Arsch legen Und du sagst, du bist nicht so auf Nahkampf Ja, aber Mit körperlicher Nähe Nahkampf, ey Du schuss auf Camping, komm jetzt hier so hoch Nein! Von Schnee, das habe ich nicht gesagt Nicht Buhn Nein! Ah fuck, jetzt will ich einen Nahkampf LOL Geht doch mal etwas in die Luft Ja logisch passiert das nicht Bei dir ist die Strasse nie Hör auf, Head glitschen Das ist schwul Ja! Head glitschen Head glitschen Good stage Head glitschen Boah, ich treffe nichts Uiuiuii Head roth through this Lol Hand lÜch hHJE utiliser HHJE 3 Schuss Waffen nicht Ich will meine Waffen auf Diamante kommen Aber dann muss ich mit der Gti Com spielen Jetzt kann ich auch Head glitschen HNOCK Ich hab nie so gesehen ich nirgest schon oben drauf hier haben wir noch ein bisschen hättige glitter Taxi gehört ok das war nicht sorawdę besteol dessas Lebens Hatträgism8 wei speaker Ich sehe dich nicht! Ich sehe dich! Oh! Dann musst du schauen! Dann musst du schauen! Musst du schauen! Einfach unten der Hauch nicht! Schau! Willst du jetzt gehen? Was heisst das? Ich bin hier zu fett, um durch das Fenster zu kommen! Soll es gehen! Soll es gehen! Oh, jetzt habe ich richtig Schiss! Jetzt habe ich richtig Bock! AHHHHH! Was ist das? Ich habe es schon vorher gesagt, du bist eine Frau! Aber du wolltest mir das nicht glauben! Ja, ist etwas gegen Frauen! Ja, aber vor allem gegen solche wie dich! Achtung! Let's spam im Together! LOR! Ja! Was ist denn wirklich? Was? Ich will ein... JÖÖÖ! JÖÖÖ! Ja, wie würdest du sagen? Ich würde es eigentlich ein bisschen campen! JÖÖ! 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 Jawoll! JÖÖ! JÖÖ! JÖ! 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 . Ja! JÖ! JÖ! Das Visier! Vor Waffe! Oh, bei mir hat das gerade Framerprobleme! Bei mir nicht, aber ich bin trotzdem schlecht. Ah, ein Nasenputz. So, das hat auch interessiert. Nasenputz am Headset, oder? Nein, aber ich bin mit der Hangausversie am Headset auch. Oh, nein, 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 nein. Nicht mit Dr. Hurni. Doktöse. Doktöse. Komm. Ah! Oh, jetzt fängt mein Handy ab und vibriert. Richtig rote Scheissituation. Da habe ich Angst im Fall. Du musst doch keine Angst haben. Ich hasse diese Scheissituation. Weiss nicht, wo ich mit mir hin soll? Upsi. Du bist bei einem RPG-Schuss. Ich glaube, du scheissst auf alls Ort hin, wenn ich da gefährlich sei. Also, ich weiss jetzt, wo du bist. Weiss! 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 Ich finde es nicht so geil von dir. Mal eigentlich finde ich es schon ein wenig anmächelig, aber... Ja. Das darf ich ja hier nicht öffentlich zugeben. Ja. In Produktion. Es muss einfach Geld geben. Oh! Oh! Komm! Scheiss! Fensternhocker! Ja! Er... Horni hat ein neues Wort erfunden. Fensternhocker. Ja, jetzt kommt der Sniper. Ich gehe zu den Sniper. Jawoll! Nein! Jetzt kommt eine Scheissarmbrust. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Kann das nicht wahr sein. Ja, Kollegen. Ich bin mit dem Sniper etwa gleichgestellt mit deiner Armbrust. So. Boah, ich habe es gewusst. Das kann doch nicht wahr sein. Mal, dass wir sonst auf mein Handy schauen. Bist du bereit? Hey, I.M.O.T. Whatsapp. Was ist... Oh! 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 Bist du nichts für ein Milch! Ich bin mit dem Scheissmüllton. Ich bin mit dem Box. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Zhalalalalong. Zhalalalalong. Zhalalalalalong. Zhalalalalong. 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 Hoia! So, das ist das Camping an, oder was? Was? Campen? Campen? Das darfst du nicht, junge Wurst. Warum nicht? Uua! Ich muss ein rpg in die Base! Ja Kollege Lenz! Wieviel willst du noch überleben? Ja, noch mehr, wie? Es ist richtig knapp, wie ich gehört hab. Du, das pisst mich gerade an! Ist der Bezegge, oder wie? Ja klar! Das ist geil. Was ist Small Hybrid? Ich weiss es nicht. Du weisst, ich kann nicht einmal mit der Small schiessen. So das Nubigste, nicht einmal das kann ich. Es geht richtig schlecht. Du weisst ja, was mir vorhin gerade ist gegangen. Du kleine Schlampen. Du kleine Schlampen. Ja, tschau. Leck du mir. Ja, tschau. Du bist mega verkloppt. Aber es ist ein bisschen am Essen. Aber sie hat gesagt, nein. Die lassen wir leiden. Ja, ja. Die Kollegen müssen von euch mal runterkriegen, sonst geht das nicht mit der RPG. Was ist das? Was ist das? Wo bist du da? Scheisse, wo bist du da? Ich habe Angst. Nein. Es muss Fernkampf sein. Nein. Es muss Fernkampf sein. Nein! Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Das kann doch nicht warten. Ja, aber Hauptsache es war knapp. Das ist gebiger. Das ist gebiger. Gebiger. Für die Zuschauer. Was hat Glitsch? Der ist nicht getroffen gewesen. Ein solcher Abzug hast du 3.000 Meter neben mir. Und dann hast du ihr ins Bein. Ein Messer ins Bein blöde. Das ist wirklich eine die Soul. Hallo? Ja. 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 Ich würde so sagen. Das war mit der ersten Runde. Das würde ich genau so sagen. Versus Nudeli. Ja. Ja. Ich würde sagen. Ich habe jetzt. Mehr hat Nudeli so richtig geschüttelt. Eigentlich hat sie ja umgekehrt. Ja. If you know what I mean. Genau. Ähm. Geht doch auf. Geht doch auf. Geht doch auf. Geht doch auf. Geht auf. Geht auf. Gegenseitig auf Kanal. Oder so. Oder wie man das mal sagen. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat. Abonnieren. Ja. Schenken wir uns einen Duden. Dass wir besser Deutsch können. Genau. Duden sind wichtig für die Bildung. Genau. Aber bei den Englischen. Ja. Man muss das Wort Duden Englisch. Jetzt bleib machen. Vergrössgrössere. Welche Quote habe ich gehört. Nein. Ich mache Arabisch. Dann gibt es noch größere. Arabisch. Okay. Nein. Wir stossen ein wenig. Also. Tschüss zusammen. Miau. Bis zum nächsten Mal. Miau. Genau. Ja. 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 Ja.